Na dann, los! Könnte jemand Scav spawnen, bitte? Das ist überhaupt nichts, hier ist tote Hosen. Oh, ein paar Schützler. Ja, was nu? Hm. Komm mal zu dir. Oh, hier ist eine Rauchgranate. Wo? Ja. Hast du die geworfen? Ja. Achso. Ich sehe aber keine. Mir raucht es nicht irgendwo. Okay. Okay. Coole Maske. Ja, ja. Wollen wir raus oder noch weiter? Hm. Wo haben wir denn noch? Outskirts. Na ja, komm. Dann gehen wir in Outskirts. Okay. Ja. 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 Richtung gehst du? Outskirts. Wo bist denn du hin? Ich wäre jetzt hier oben hinlang gegangen. Nein, das ist ja falsch. Outskirts ist ja hinten Richtung ZWN 014. Ja, aber wieso kann man doch auch in die Richtung ablaufen? Ach so, ja, das kann man machen. Also dann über das Ding. Über die Holzenmühle. War gut. Was war denn das? Was war denn das, Klaus? Das war hier. Ja. War das bei uns im Dorf? Ich konnte es gar nicht reden. Das hörte sich an, als wenn es so bei meinem Haus gewesen wäre. Also ganz komisch jetzt. Ja. Oder ist da hinten einer wieder ins Minenfeld reingerannt? Durch den Zaun. Okay, ist auch möglich. Wobei sich das etwas hier so rechts angehört hat. Ich konnte es irgendwie gar nicht lokalisieren. Das kam auf jeden Fall ein ganz komischer Knall. weiter. Das war's. Wobei sich das hier so jetzt ganz komischer Knall Wir müssen es gar nicht mehr ins Mengelegen. Was ist gar nicht mehr Bis dann. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Aber wenn du willst, können wir eigentlich auch eine Runde an den Showdown spielen, wenn du Bock hast. Oh, nein. Okay. Mal gucken, da kommt er. Schmeiß ab bei uns. Oh ja. Oh ja. Oder? Ist das bei uns? Ich höre gerade kein Wort. Ich habe mich hier gerade mal irgendwo hingehockt. Lass uns zur Abwurfstelle gucken, weißt du? Das ist Richtung Dorf. Wann da hinten oder was? Ja. Lass uns hier mal an die Sniper-Posi. Ich gucke ins Dorf und du hältst mir den Rücken frei. Oder ist das hier doch? Das muss halt mit dem Dorf so runterkommen da hinten. Würde ich sagen. Ja, hinter dem Dorf, ne? Ah, so ungünstig. Ich sehe die Straße nicht da, wo es liegt. Ich müsste Position wechseln. Ich renne mal rüber. Oh ja, hier ist der Kuiper. Ich bin tot. Was? Ich habe nichts gehört. Ich bin tot einfach. Die Lab 00. M995. Ich habe ihn. Wo war? Unten an der Bushaltestelle. Ich habe nichts gehört. Schuss. 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 Was? Surfer Shutdown in 40 Minuten. Oh, ne. Pecht? Ja. Auf dem Samstag? Äh, Freitag? Tja. Ich konnte das Event. Oh, meine Frau ist auch gemein, du. Wieso? Ach, die hat so ein Megapack Toffifee mitgebracht. Ach so? Kennst du das, wenn du ein Toffifee gegessen hast? Ja, ich kann mich gut zügeln bei Toffifee, muss ich sagen. Echt? Mhm. Ich gar nicht. Ich habe ja auch welche liegen mit Kokos. Rich Extraction ist noch da. Ist noch keiner rausgefahren. Selbst nun jemand, den blutet da? Ich weiß es nicht, ich bin immer noch oben. Ich suche noch den, der auf mich geschossen hat. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie von rechts, einfach links kam. Bestimmter Dude von dem, der mich gekillt hat, an dem du gekillt hast. Oder der auf dich geschossen hat, hat mich auch gekillt und du hast einen ganz anderen gekillt. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Boah. Naja. Ich bin nur noch her. Non auf da. Nichts. Nein, nichts Auto. Ich bin niemals. Beteilig. Ich bin jetzt nicht mehr. Sollte Untertitelung. BR 2018 Der Schweinehund sitzt bestimmt am Exit. Kann mir gut vorstellen. Der Schweinehund, der Schweinehund. Der Schweinehund ist fertig. Der Schweinehund. Der Schweinehund. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 mit? Ja. Okay, ich hab ihn. Geil. Oval? Er ist grad zum Exit hier ran. Hat er bestimmt schon eine Kiste gelootet, oder? Bestimmt. Was der wohl abkotzen ist. Ja, aber richtig. Ja, da fallen ein Benzinkanister abgestaubt. Level 41 und was schleppt er hier für Müll raus? Das ist ja Wahnsinn. Aber sieht nicht so aus, als hätte er hier das Ding abgestaubt. Ich hab noch acht Minuten. Guck doch mal eben da. Was für eine Waffe hat der gehabt? Eine SVT. Ja, mich hätte aber 995 getötet, ne? Also irgendwie ein MP oder so. Achso. Der hier hat einen Adorno gehabt. Der Schrei gedampft. Ja. Gut, ich mach mir erst den Staub. Hast du die Kästen noch buchen können, oder? Ne, ich bin noch voll, Klaus. Ich hab zwei Waffen. Neuer Armor. Co? Now. Ich hab mich mal. Ich hab mich auch mal auf. Wollen wir acht' dich, weill. Ich hab mich mal auf. D йnes. Ich hab da drauf.